Wittenberge. Eine Fahne mit dem Aufdruck Freie Leben ohne Gewalt wurde am 21. November auf dem Platz vor dem Wittenberger Rathaus gehisst. Die Aktion fand anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen statt, der am 25. November begangen wird. An der Aktion nahm neben der stellvertretenden Bürgermeisterin Waltraud Neumann auch die Gleichstellungsbeauftragte Katrin Leverenz teil. Die Bäckerei Grünberg beteiligt sie sich mit einer besonderen Idee. Gewalt kommt nicht in die Tüte, steht derzeit auf den Verpackungen der Bäckerei. Untertitelung des ZDF, 2020